so probieren wir es jetzt noch mal ob wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr erfolg haben wenn wir jetzt ein bisschen durch die weg weg so ihr habt wohl gedacht ihr könnt mich hier foppen oder was los jetzt auf geht's die geißel die geißel die geißel jawohl die geißel weg frei machen das ist doch einfach mit einer angst zack 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 wo war denn die jetzt so schwer ist das ja nicht hier dann können wir wegnehmen wo war die geißel da da irgendwo herum gejammert hier nicht da was hast du denn dein kopf da drin was denn komm mit der kommt nicht komm mit ja jetzt fein der gute hostage komm ich bin schon ganz außer atem komm mit noch ein stück müssen wir hier lang aha hier ist keiner mehr abgeschlossen oh da steckt ein typ im kopf im kopfdurch ich bleibe hier und warte hier bleiben ich schicke so schnell wie möglich hilfe die sie rausholt okay ich verstecke mich in dem schrank wir gucken uns mal das an hier und wir laden mal lieber nach cool so simpel dann haben wir sehen was wir jetzt machen müssen ein Schlückchen Rotwein ein Multiple Channelsierer Braco 3 Euro das ist ein Schwachsinn wir nehmen mal lieber die Pistole ne hier die Frage ist was müssen wir denn machen finde die letzte Geisel auf dieser Etage gut das machen wir doch es ist abgeschlossen das sieht gut aus das sieht auch gut aus hier war ich gerade es ist abgeschlossen ja hier ist Mike vom Architekturbüro Forst ich habe mich heute um acht bei Ihnen an der Rezeption angemeldet ich sagte Ihnen dass ich heute lange arbeite hallo er ist jetzt hier er ist in meinem Büro nehmen Sie was Sie wollen aber tun Sie mir nichts ich habe kein Geld und jetzt ich habe sie gefunden aha was denn jetzt wir speichern mal lieber ganz unten jetzt habe ich geladen okay ich mache mal kurz mal Schluss und so ich habe nämlich noch mal eingelaggt und habe es mal probiert und jetzt muss ich mal gucken was der Typ will von mir wie kann ich dem helfen der kann mir nicht helfen aber ich habe dich doch gefunden ach ich muss dem meine Marke zeigen ich will sie nicht ausrauben mein Name ist John McClane ich bin Polizist oh man sie haben mich zu Tode erschreckt ich rufen lieber nochmal beim Sicherheitsdienst an und sage denen dass es ein falscher Alarm war vergessen Sie es was was meinen Sie damit Terroristen haben jeden im Gebäude als Geisel genommen aber ich konnte entkommen die wissen dass ich hier irgendwo bin und versuchen mich zu erwischen oh mein Gott was sollen wir jetzt machen zuerst müssen wir so schnell wie möglich raus was werden die mit uns machen wenn sie uns fangen ich habe nicht vor lang genug hier zu sein um es raus zu finden machen wir dass wir zum Teufel hier raus kommen bitte lassen Sie mich nicht zurück nein bringt den Architekten in Sicherheit okay oh was ist damit oh es brennt komm mit wir müssen den Feuerlöscher suchen komm mit komm mit hier ist nicht gut da lang das sieht gut aus abgeschlossen langsam muss ich den Dreh raus ist da noch einer komm 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 abgeschlossen warte mal hier rein nee nee bringt uns nix bringt uns nix hier bringt uns auch nix na wo denn da lang oh da ist schon Feuer ne 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 geh mal weg geh mal weg geh doch mal weg wo denn da geht die ganze Zeit ein schönes Kind wo ist denn die Geisel komm scheiße 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 wie geht denn das das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus denk nach denk nach oh scheiße okay wo muss ich denn hier lang was bringt mir das hier haha so läuft das hier okay also mein stückchen stück für stück und noch muss zwischenspeichern ja zurück speichern nachwirkungen okay das sieht gut aus wo ist der andere komm stück für stück ja fein scheiße wo ist denn der jetzt jetzt habe ich den leer gemacht oder was hm soll man den mal fallen lassen scheiße scheiße das verstehe ich jetzt nicht das verstehe ich jetzt nicht na erstmal oh bring den Architekten in Sicherheit wo ist er denn scheiße 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 jetzt verstehe ich die Welt nicht wo ist denn der hin hm hm Vancouver hm schöne Stadt bringt mir bloß nichts hm 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 verstehe ich nicht so wir haben den Architekten uns mal rangeholt hier wir sitzen in der Falle wir sitzen doch nicht in der Falle oh mein Gott ich mach dich auf den Weg frei komm ich kann nicht ich hab Angst was hat denn der denn Angst so hier komm bitte lassen Sie mich nicht zurück mach ich nicht aber ich weiß nicht wie lange das Ding reicht es liegt nicht im Ernst wir sind im Ernst wir sind im Ernst wir sind im Ernst